Schritt 4 besteht darin, Informationen aus Ihrem Workflow abzurufen und zusammenzustellen. Prozessinformationen wie Anzahl der Vorgänge, Aufgabenstatus und Prozesszeiten werden bereits in unserer Wacom-Software erfasst. Durch eine kontinuierliche Datenverbindung stellen wir sicher, dass alle Daten in der MRP-Software abgerufen werden können, in der Kundendaten und Lagerbestände auf dem neuesten Stand gehalten werden. Ein Loadmanager-Modul zeigt uns, welche Projekte geplant sind und welche Maschine wann verfügbar ist. Beim Senden einer neuen Verschachtelung weist Loadmanager, welche Maschine für die Ausführung der Aufgabe am besten geeignet ist und plant die Aufgabe gemäß der ausgewählten Priorität. Das Management des Verbrauchs- und Verschleißmaterials kann auch an Ihrem Schreibtisch durchgeführt werden. Wir haben ein neues Tool zur Verwaltung und Zentralisierung von diesen Materialien eingeführt. Red Tooling System, die perfekte Ergänzung zu unserem meistgenutzten Red Service Label. Mit diesem Tool ist es uns gelungen, unseren gesamten Verbrauchsmaterialbestand um 40% zu reduzieren. Neben der Beseitigung von sogenannten toten Lagerbeständen und der Kostensenkung besteht der Vorteil hauptsächlich darin, dass unsere Bediener immer über die richtigen Werkzeuge und Teile verfügen. Dies kommt der Qualität zugute und verhindert Engpässe in der Produktion. Dank dieser umfassenden Datenerfassung erhalten Sie von Anfang bis Ende wichtige und wertvolle Einblicke in Ihren gesamten Workflow. Vorteilhaft für Ihre eigenen Optimierungen und vorteilhaft für ein realistisches Feedback an Ihre Kunden.